Hallihallo zu Cryofy, die knuspert noch. Was isst du gerade, Käsestängel? Ich hab mich fast verschluckt. Ja. Entschuldigung. Ja, wir sind healthmäßig total am Abkacken. Man spricht nicht mit offenem Mund. Hab ich doch gar nicht gemacht. Aber ich. Wir haben keine von den Spritzen mehr. Wir sind aber zumindest diesen Dr. Gasmann auf der Spur. Und ich hatte einen Käsestängel. Boah, hier ist Musik. Ah, das ist super. Der Mord. Der Mord in unserer Kassel ist geliebt, wegen einer Signale-Lauffunktion. Mh-hm. Please stand above the platform and the gates, as the next train is not for public use. Ah, hier. Dann kannst du in den Zug rein. Ich weiß aber, das wäre doch jetzt so prädestinierter Bereich, wo irgendwo geile Extras rumliegen, die wir nicht sehen, weil wir das nicht. Irgendjemand hat mal geschrieben, schaut mal in... Ja. Ja. Schaut mal in die Mülltonnen rein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich fehlt. Ich finde es geil, was das Spiel für Werte vermittelt. Wenn man am Bahnhof eine Spritze am Boden findet. Habe ich schon prophezeit vor... Rein damit. Ja. Dann wird da noch was am Boden. Und dann noch was. Beziehungsweise Speicher-Dings. Dann Speicher-Dings. I want my feet back. Das ist, was ich auch immer sag. Los. Speicher ich jetzt. Los. Die Leute wissen jetzt genau, was wir alles für Frisarien haben. Käse-Stänkel und Erdnüsse. Nuschbraten. Was soll man denn hier machen? Ah. Nee. Hm, doch. Etwas. Ein Hammer. Ach, mit dem kann man, ähm... Slash-Hammer. Ja, da oben, ähm, die Wand. Die Wand einhauen. Slash-Hammer. Ba-ba. Oh. Hä? Wo kommt ihr denn jetzt her? Hä, was ist da los? The baddest fight ever. Da draußen steht schon einer, schau. Ja. Du kriegst auch noch eine mit dem Hammer. Da. Da. Lockst du mal rein. Geh mal einen Schritt raus. Dann geh wieder rein. Da. Ja, das ist gut. Halt langsam mal beruht. That's what. Ja. Eigentlich brauchen wir doch da den Nightstick gar nicht mehr. Da brauchen wir noch was zum schnell rumhauen. So, wenn da irgendwie... Wir haben noch einen freien Platz. So, jetzt würde ich da drauf fahren. Ich komme drauf an der Seite nochmal. Klar. Hau. Go. Was ist das jetzt, der... Ist da jetzt eine U-Bahn-Fahrer-Ausbildung dahinter, oder was? I don't like this. Ich würde da jetzt... Äh. Oh, cool. Oh, das ist ja Wahnsinn. Oh, ist das cool. Das gefällt mir. Ich würde voll auf den Süßigkeiten-Automant einschlagen, wenn ich jetzt so einen Hammer hätte. Vorausgesetzt, die haben Käse-Stänge drin. Werde ich sagen muss, dass die nicht so gut sind. Ich bin übrigens zu 100% sicher, dass dir das nicht zum Verhängnis werden wird. Käse-Stänge. Dass du das Wort Käse-Stänge auf YouTube gesagt hast. Da sind, glaube ich, alle... Ich glaube, mit Salz-Stänge wäre ich schlimmer dran. Oh, cool. Das ist auch so. Das ist cool. Das mag ich. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Aber der geht jetzt so nicht hoch. Ach, schade. Das ist ja irre. Uh, freaky. We save our game. Schau mal, hier fehlt doch ein Stück Boden. Ja, ich glaube, da kommst du nicht hinlang. Oh, guck mal, da sitzt jemand. Schau mal, da sitzen Leute drin. Kannst du rüber springen? Ich versuch's jetzt mal. Ja, dass du hier gesprächert. Jump again. Uh, cool. Zeig dir mal näher. Ist das normale? Ne, okay. Ist das nicht normal. Okay. Das ist ja cool. Die haben so eine Rasierklinge und schneiden sich dann selber, oder? Ja, schau mal. Das sägt irgendwas. Äh, der ist dann, I want my feet back. Vorsicht, wir sind jetzt überall. Oh, Vorsicht. Ja, aber wenn es eins gibt, was ich absolut liebe, ist es in First Person Spielen. Jump'n'Run Passage, meine Damen und Herren, wir spielen diese Folge über, ähm, spielen wir nur diese Jump'n'Run Passage. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Zur Not mache ich das, ich mag das. Kannst du sowas? Nein, aber ich mag's. Ich bin ja furchtbar in den Lego-Spielen, wenn man da immer in die Tiefe des Raumes ist. Du bist doch aber gut in Jump'n'Run. Ja, aber ich mag das in so Ego-Perspektive-Sachen. Boah. Achso. Boah, das ist cool. Boah, das mag ich. MC... Ne, ich glaub nicht, ne, ich glaub nicht, da. MC Ashesblatt da. Geh mal nach links, ne, hier, hoch, genau. Ne, 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 links, links, genau. Nicht. Hm. Drunter, drunter, ja. Äh, nicht. Ja, tschüss. Ich hab's ja gesagt, spielen das ist die ganze Folge. Spiel mir jetzt diesen Scheiß. Das ist noch mindestens 14 Minuten Spielzeit. Mist. Jump'n'Gain. So sehr ich das auch an den Max Payne-Spielen gemocht hab, so weil die sehr atmosphärisch waren, nicht dieses auf dem, auf dieser Blutspur entlanglaufen. Ja. Aber das ist doch hier... Ja, aber guck mal, da kommst du gescheit runter. Ja. Ah, das hat Arsch wehgetan. Da. Ja. Äh, obwohl war das jetzt falsch. Upsi. Aber das sieht aus, als müsstest du da runter. Ich versteh das gar nicht. Ich mein jetzt. Oder hätten wir vielleicht da gar nicht hinfahren? Ach, schon wieder geht's. Okay. Ach. Es geht mir jetzt wieder da hoch, wo wir runtergesprungen sind. Ich bin nervös. Ah, oder? Oh, Vorsicht. Hier, hört's auf. Ich weiß nicht, wo wir herkommen. Gott, da kommen wir doch her von da. Also noch zweimal gesprungen. Da eher. Oder nicht? Ich hab's da... Sieht aber nicht so aus. Ja doch, stimmt, der ist... Ja, hast recht. Hast recht. Ich dachte, dazwischen wär nochmal. Nee, du hast vollkommen recht. Oh, cool. Nimm dich die. Da ist noch was in der Klapse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel noch so lang gehen soll. Mein Leben. Das fateful night, der Kind lay upon the road broken. Warum hast du so lange gehen, junger Mann? Warum hast du so schuldig gemacht? Delusiond und embittert by his parents' words, der Kind war broken, physically, broken, mentally. Der Mann in white placed ihn in den rollingen Chairs. Wie er laughed. Wie er laughed. Und so er lived what remained of his life. One day, fate smiled upon the child. And so he came upon the implement of his destruction. Decisions, decisions. The outcome was not certain. Pro captu lectores haben sua fatali belli. Wisst ihr, was das heißt? Keine Ahnung. Kein Latein gehabt. Ja. Ja, klingt wie irgendein verrücktes Kind. Oh, Buch? Auto? Naja. Der hat gesagt, gelacht beim Rollstuhl. Machen wir doch das. Immer noch gelacht beim Rollstuhl. Geh mal nochmal durch die Rollstuhltür. Warte mal. Road broken. Auto. Na? Also, lay on the road broken ist das erste. Und dann kamen die und haben gelacht. Im Rollstuhl. Und dann hier das mit diesem Buch, oder? Keine Ahnung. Das ist wirklich nicht lang. Das Auto ist das erste. You have to walk. Was gibt's denn noch? Es gibt die Pistole, es gibt das Buch und es gibt, ähm, den Rollstuhl. Sind die Words, das Buch? Könnte sein. Dann ist die Waffe vielleicht die Decision. Vielleicht ist das der Hinweis darauf, dass das hier gerade ein Amoklauf oder sowas ist. Also, erst Auto. Dann. Wörter. Rollstuhl. Waffe. Das didn't do jack shit. Scheiße. Ich weiß dann auch nicht, ob wir... Ich weiß nicht, müsste das nicht immer so ein besonderes Geräusch machen oder so, wenn's richtig ist? Ja, hast du mir auch gedacht. Dann warst du zumindest bei dem letzten Mal doch. Wir sind bisher noch nie durch die Pistolentür gegangen, oder? Muss ich aber alles gleich an. Dann probieren wir jetzt mal zuerst das Buch. Dann probieren wir jetzt mal zuerst... Dann haben wir schon. Das ist an den Türen irgendwas anders. Früher ist mal nur das Buch. Schauen wir uns doch was hier. Ich glaube nicht viel. Das hätt ich wohl noch mit dem Rollstuhl, ne? Router. Rollstuhl. Buch. Baffee. In einer Million Affen... ... auf einer Million Schreibmaschinen... ...schreiben, dann kommt irgendwann das Richtige raus. Das ist ja nicht wahllos, wenn sie einfach Türen nehmen. Ich wundere... Das ist einiges, was ich mich gerade frage, wenn du durch eine Tür zu... äh, durchgehst. Ich finde dir immer ein anderes Zeichen, ob das so gemeint ist. Ups, mein Mikrofon. Also, jetzt rede ich mal um. Jetzt bist du theoretisch ja durch das... Ah, ne, jetzt bist du ja theoretisch durch... Also wenn du jetzt durch eine... Lass mich ganz ehrlich erklären, wenn du das die ganze Zeit machst. Jetzt bist du ja... Jetzt rede ich mal um. Jetzt bist du ja rein theoretisch, wenn man es jetzt mal so sieht, bist du jetzt durch die Waffe durchgegangen. Ja. Ist halt die Frage, ob man es so meint. Weißt du, von wegen, du gehst da durch das Zeichen durch, aber im Endeffekt kommt es halt darauf an, durch welche Tür du reingekommen bist. Nicht durch welche du gegangen bist. Aber... I don't know. Oder wir übersetzen uns mal den unteren Teil da. Joa, dann suchen wir mal kurz. Soll ich übersetzen und so, dann gehst du noch weiter durch die Türen. Warte. Du hast aber Ding an. Gucken sie doch mal. Pro kaptu lectoris. Mal kurz. Hängt ein bisschen. Pro kaptu und dann... Lektoris haben zua fatali billi. Ich glaube, dieses Lektoris hat was mit Lesen zu tun. Dann ist das Buch das Letzte, kann das sein. Wait a second. Hast du es? Ich hab hier was, aber nichts ist... Was über die Auffassung des Lesers haben die Bücher ihre... Was? Lux Heft of Destiny ist ihre Bestimmung. Je nach Auffassung haben die Bücher ihre Schicksale. Warte mal. Auto. Dann... Rollstuhl. Dann Waffe und dann Buch. Lektoris Sprecher. Je nach Auffassungsgabe des Lesers haben die Büchlein ihre Schicksale. Sinngemäß, ein Text kann nur so viel Sinn oder Aussage vermitteln, wie der jeweilige Leser überhaupt zu erfassen bereit oder in der Lage ist. Je nach Zeit und Umständen werden Bücher unterschiedlich gelesen, das heißt verstanden und instrumentalisiert. Das Buch hat ein bewegtes Schicksal, je nachdem in wessen Händen es sich befindet. Ups. Ist dann das Buch das Erste, wenn es um die Faithful Knight geht. Gucken wir doch mal das. Buch. Auto. Rollstuhl. Waffe. Ja. Das ist echt so. Wir denken nochmal drüber nach und wenn ich drüber nachdenke, sage, meine ich Walkthrough nachgucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.